Ah Ich muss die meiner richtigen Kritik verlieren, ne doch nicht Ich hab dich kennengelernt Das sind Pfeile für Deg Der sitzt auch Guck 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Game closed sich einfach und dann nehme ich die falsche Waffe auf. Was ist mit dem Game los? Nein, 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 klingt aber, wow. Die gehen halt da rein. Das ist doch kacke, man, dass das da die Zone endet. Wir gammeln einfach da drin jetzt. Ach, nur noch einer. Baut das Standbrett. Nur noch einer. Ich glaube, ich kann fly, ich glaube, ich kann touch the sky. Oh, Chiff. Warum baust du denn so extrem hoch mit... Oh, Musikernerv. Musikernerv, Leute. Mein ganzer Arm ist eingeschlafen. Du musst da uns verteidigen. Das ist das Puch übergeben. Mal wieder der Funki, der ist so stark, Alter. Was soll der Kacke? Was macht der Old Giant da? Was macht der Old Giant? Was macht der Old Giant? Du, what the fuck? Was ist das denn? Wie lächerlich. Da kockt sich ein Strahl. Wie lächerlich. Er kommt ja einfach nicht durch. Tür auf, ist das in der Tür? Nee, okay, alles gut. Hast du es gerade gesehen? Was ist mit dem Spiel los? Was er betrifft, ich hätte ganz gern mal durchgegängig 1000 Zuschauer. Das wäre so der Traum. Das ist der Dream, Jungs. 1000 Zuschauer wäre der Traum. Alles klar. Mein Stuhl verabschiedet sich jetzt auch. Jungs, das kommt in die Best of Fails rein, Alter. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm, Alter. Wie wird es mit aufkommen, Schatz? Ja, mache ich später. War du mal kurz? Einzimmer hat sich unmöglich aus. Natürlich. Lieblingskinder. Das ist das einzige Set mit dem richtigen Tränk. Ich kann es nicht machen. So, Eisgeist trifft sich alles wieder in unserem Film. Wir haben beide noch nicht die zwölf Kliegeln und Heimspielonnosoch in dieser Spielkampfherausforderung geschafft. Letztes Mal waren wir mit dem Duell im Training, wo er dann los muss. Gibt's mir ein Doggy, gibt's mir 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 Doggy... I'm around there, my friend! Papier... Aber ich kann mich nicht weg. Ong links Ong links Ong links Ong links Ong links Ong links Oh my Betta denso Und der Bettelanzer. Und ja. Und ja. Und, und, und. Zack, 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 zack. Und dann reicht er, dass ich mich wieder über dem Arsch. Und ja. Der Lightning, übel nice. Ich esse ne Packung Reis. Ohne Scheiß. Eins, zwei, drei, sieben. Ich bin's. Und bin der Pro geblieben. Blue. Das tut gut. Gut, der Bomber ist so lame. Das war das Game. Bomber? OP. Ich trink einen Tee. Hey, Jürgen. Alleine gegen vier. Denn er trinkt gerne Bier. Weil Hore liebt von Hartz IV. Wie ist die Briten immer sagen, Landlandern. Denn ich werde dort Landlandern. Noch ne Runde, Runde, Runde. Zack, 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 zack. Der war scheiße. Ich geh auf ne Reise. Ich werd bald Rapper. Sehr leise. Ne, es geht nicht. Da muss ich's mit nem Messer machen wahrscheinlich. Ne, es geht. Oh mein Gott. So. Jetzt habt ihr das hier. Jetzt habt ihr das hier. Ähm. Und dann macht ihr einfach nur noch so. Hm. Das. Ich wollte im Flugzeug pennen. Ich hatte so nen alten Fettsack neben mir. Der war voll unfreundlich. Wenn ich bisschen zu weit auf seiner Seite bin, hat er halt mal so seine Hand rüber und seinen Fuß rüber. Das bleibt alles so, wie's hier ist. Und es wird dir hier nichts dran rütteln. Egal ob du hier bist und nicht. Weißt was, das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mach ich so, wie ich will. Ob's hier nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleib doch mal ruhig. Nein, das ist alles unter die Schnauze. Entweder ich bin der Musterschwiegersinn oder der Vergewaltiger von nebenan. Guten Tag, ich bin ein Vergewaltiger. Ja. Okay. Warte. Drei. Zwei. Eins. Uuuuuh. Hahaha. Ah. Fuck. Alter, wie viele Haare sind da drin? Sag mal, bist du bescheuert? Du musst mich kurz aufregen. Ich bin ja normal. Genau auf so einen Grund setze ich mich eigentlich ungern mit dir hierher. Weil du gleich ausrastest und gleich komisch wirst. Nee. Das war so schlecht, so schlecht, so schlecht, so schlecht, auf wenn es nix. Das war so mega nice, dann frage ich mich, was Bigspin dazu sagen würde, aber das werden wir nie erfahren. Das war so gut. Ja, das war's. wie lange spiele ich das spiel jetzt eineinhalb jahre bisschen länger und jetzt ist es passiert ich bin level 13 kann das jemand klippen kann das jemand klippen kann das jemand klippen kann das jemand verdammt noch mal klippen habt ihr es gesehen kann ich mir bitte ganz kurz klippen die tür war nicht bei mir offen war die ich sehe bei welchen leuten was die da fortnets spielen oder was ist das alle titel werden im zufalls modus gespürt und 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 und